Mein Name ist Matthias Stelzmühle, ich bin ehemaliger Short-Trek-Eisschnellläufer und ich durfte aus dem Helikopter von Thomas Rammstein in den Inlandsblitz und Falsche mitten über Wien abspringen und direkt auf der Reichsbrücke landen. Am Anfang habe ich mir schon gedacht, was will er jetzt eigentlich? Also das ist schon ein bisschen schwer durchführbar. Matthias hat auch nicht aufgegeben und mein Wille eigentlich das Ganze auch umzusetzen und da Teil von dieser Geschichte zu sein ist natürlich auch von Tag zu Tag größer geworden. Klar einen Falscheinsprung jetzt zu machen, wie ich vorher gesagt habe, irgendwo ist jetzt nicht das Problem, aber der Ort ist auf dieses Thema.